Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales. Wir müssen jetzt bei Meister Markus noch unsere letzte Prüfung ablegen. Da haben wir jetzt von Wuppermann diesen tollen Zaubertrick gelernt. Mal gucken, was er dazu sagt. Haben wir hier, Kaninchen. Ach ne, müssen wir ihn nochmal anreden. Dann schauen wir mal, wie das so läuft. Ähm, ich will Ihnen jetzt meinen Zauber vorführen. Ich würde Ihnen gern den Trick... den Zauber vorführen. Ich bin gespannt. Wie Sie sehen, ist der Zylinder völlig leer. Ähm, Hex, Hex? Häschen? Fantastisch. Die ist dir... gut? Du hast das Kaninchen im Zylinder fast in ein Schaf verwandelt. Das ist... außergewöhnlich. Fast... unmöglich. In dir muss erheblich mehr Magie stecken, als ich jemals gedacht habe, Wilbur Wetterquartz. Danke. Aber ich hatte auch einen tollen Assistenten. Ich bin sprachlos. Du bist der erste Gnom seit Jahrzehnten, der zum Diplom-Magier ernannt wird. Und du hast die Prüfungen schneller abgelegt, als jeder andere vor dir. Was ist dein Geheimnis? Jemand Kluges sagt mir, was ich zu tun habe. Äh, ja, genau. Das war verdammte Arbeit. Ne, wir nehmen das hier mit dem Klugen. Ja, ähm, hat das mit dem Zaubertrick doch funktioniert? Zwar etwas anders als geplant, aber immerhin erfolgreich. Ich kann es nicht genau erklären. Es ist, als würde alles, was ich tue, von einer höheren Macht gesteuert. Hm. Diese Macht muss ich gut mit Magie auskennen. Oder sie hat eine kompletten Lösung. Ja. Wie auch immer. So unglaublich das ist. Du hast alle drei Prüfungen bestanden. Warte mal. Magierdiplom für Wilbur Wetterquartz aus dem Weißkammgebirge. Guck. Da wird mein Bruder aber Augen machen. Ihr Bruder? Der Erzmagier. Oh. Der Erzmagier ist ihr Bruder? Ja, sicher. Er hat immer daran geglaubt, dass sich unser düsteres Schicksal wenden lässt. Und langsam kann auch ich wieder daran glauben. Du hast mir Hoffnung gegeben, Wilbur Wetterquartz. Weißt du das? Nichts kann dich aufhalten. Das soll mir ein Vorbild sein. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, komm zurück. Du hast hier einen Freund. Nun geh schon. Du hast lang genug gewartet. Gib meinem Bruder, was du ihm geben willst. Deswegen kam mir die Stimme so bekannt vor. Da haben sie halt einfach aus dem Grund auch wieder den gleichen Synchronsprecher genommen. Wie bei dem Gemälde des Magiers. Den haben wir, wie gesagt, bei den Vierchronigen haben wir ihn ja selber noch gar nicht getroffen. Sondern nur mit seinem Gemälde gesprochen. Naja, mal gespannt, was der Schildträger jetzt sagt. Oh. Hallo, Herr König. Guck mal. Ich bin Diplom-Magier. Ich habe dir doch gesagt, dass du es schaffen wirst. Wir sind alle so stolz auf dich. Danke. Unsere Arbeit hier ist getan. Wir sind alle wohlgenähert. Ich denke, jetzt heißt es Abschied nehmen. Hm. Ihr wollt raus aufs Land. So ist es. Aber wenn du willst, kannst du uns ja besuchen kommen. Meister Wilbur Wetterquartz wird bei uns Ratten immer willkommen sein. Auf Wiedersehen, Wilbur. Bis bald. Coole Sache. Wir können uns das Diploma noch anschauen. Magier Diplom von Wilbur Wetterquartz aus dem Weißkamm-Gebirge. Der Kellermeister wird es nicht glauben, wenn ich ihm das zeige. Jep. Aber erst mal zeigen, wer es hier der Stadt war. Schauen Sie sich das mal an. Sie dürfen mich ab sofort Meister Wetterquartz nennen. Und ich will sofort den Erzmagier sehen. Wetterquartz? Wieso Wetterquartz? Das ist mein Magiername. Meister Wilbur Wetterquartz. Nun öffne mir endlich das Tor. Ich will den Erzmagier sprechen. Ja stimmt. Wir haben uns ja ihm als Wunderberg vorgestellt. Hm. Nun, was gibt's? Warum trägt dieser Gnome Magierkleidung? Euer Ehren? Dies ist Meister Wilbur Wetterquartz. Ein Diplom-Magier und damit Mitglied eures Ordens. Unfug. Ich kenne alle Magier in diesem Land. Aber es stimmt. Ich habe heute mein Diplom bei eurem Bruder gemacht. Meister Markus. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Hint fort, Gnom. Aber ich soll euch etwas geben. Einen Ring. Einen Ring? Von wem? Von einem Gremlin. Er stürzte mir gestern im Weißkammgebirge vor die Füße. Er gab mir diesen Ring und sagte, der könne den Krieg entscheiden. Hm. Meister Gnomeister. Ich wende mich in ebenso großer Eile wie Furcht an euch. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unser aller Schicksal... Ich weiß, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet. Ihr kennt natürlich die Geschichten, euer Durchlaucht. Ein legendäres Artefakt von der Göttin des Schicksals und der Vorhersehung persönlich erschaffen. Ein außerordentlich kostbares und gefährliches Ding. Denn seinem Träger ist das Glückhold. Alles, was er versucht, wird ihm gelingen. Alles, was er begehrt, wird er erhalten. Sein Schicksal wird sich immer und zu jeder Zeit zum Guten wenden. Eine wahrhaft fürchterliche Macht. Eine göttliche Macht. Denkt nur, sie würde dem Feind in die Hände fallen. Ich habe herausgefunden, dass das Artefakt auf einer kleinen Insel namens Sordia in einem Tempel versteckt ist. Ihr müsst es finden und sichern. Ihr müsst! Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das war er. Das war der Gremlin, der von diesen finsteren Typen auf dem Drachen fortgebracht wurde. Schatten? Die Schattenarmee hat diesen Gremlin gefangen genommen? Sir, wir müssen sofort alles und jeden zu dieser Insel schicken. Jedes Schiff, jeden Greif, jeden... Genug. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wir wissen nicht, welche Informationen die Schatten schon haben. Und wir dürfen sie nicht auf die richtige Spur bringen. Nein, Sir. Aber wenn Sie den Gremlin haben, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis... Die Insel Sordia. Wo zum Teufel soll das sein? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ich werde die Stadt für einige Tage verlassen. Ich muss im Archiv nachforschen. Aber in den Archiven von Seefels gibt es jede Menge... Schweigt, Wächter! Ich werde eine Gruppe vertrauenswürdiger Mitstreiter zur Insel schicken, sobald ich sie ausfindig gemacht habe. Und ihr... Ein Wort von dieser Botschaft. Nur ein einziges Wort zu wem auch immer. Und ich werde euch zu feinem Pulver zermahlen. Ist das klar? Natürlich. Klar ist das klar, Sir. Geht. Lasst mich mit dem Jungen alleine. Und lasst niemanden, ob Magie oder nicht, hier herauf. Verstanden? Verstanden, Sir. Und ihr, Meisterwetter... Dings. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Wetterquartz, Sir. Danke. Mein Opa wird mir die Geschichte kaum glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Das... Das dürfte sobald nicht möglich sein. Du musst hierbleiben und... Die Stellung halten. Ich will, dass du dich auf eine kleine Expedition vorbereitest. Du und zwei Freunde... Ihr sollt das Artefakt holen, sobald ich die Insel ausfindig gemacht habe. Aber... Wenn es um etwas so Wichtiges geht, sollten da nicht doch lieber erfahrene Schatzsucher... Ach was, Blödsinn. Dich kennt niemand. Für den Feind existierst du nicht. Du wirst keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist unsere wichtigste Waffe in dieser Angelegenheit. Bevor der Feind überhaupt weiß, was vor sich geht, seid ihr schon längst wieder zurück? Aber ich denke... Genug geredet. Ich bin der Anführer des Ordens und erteile dir einen Befehl. Such dir zwei Freunde und warte hier auf mich. Sprich mit niemandem über die Sache. Wegtreten. Hm, okay. Wann... Wann werdet ihr wieder zurück sein? So schnell wie möglich. Aber ein paar Tage kann es schon dauern, bis ich weiß, um welche Insel es sich handelt. Der Gremlin hat mir gesagt, in seinem Geheimkeller sei ein Buch versteckt, das den Weg zum Aufbewahrungsort des Artefakts beschreibt. Tatsächlich? Das ist gut zu wissen. Das lief doch besser als erhofft. Ein teuflischer Plan, Munkus. Gut gemacht. Du kennst nun den Aufbewahrungsort des Artefakts. Und der echte Erzmagier wird dir noch einige Tage von der Pelle bleiben. Mutter hält ihn auf Trab. Sie hat alles aufgefahren, was sie an dunkler Magie zu bieten hat. Wenn er wiederkommt, wirst du längst das Artefakt des Schicksals in den Händen halten. Und Seefels wird brennen, genau wie jede andere Stadt der Allianz. Das sieht ja nicht so gut aus. Das haben wir ihm natürlich alles erzählt. Gestern habe ich noch Fußböden gefegt. Heute bin ich Diplom-Magier und Teil des größten Abenteuers seit Ritter Tilos Kampf gegen das Brokkoli-Monster. Ein Artefakt, das unbegrenzte Macht gibt. Hoffentlich erfahren die Schatten nie etwas davon. Solch ein Ding in ihren Händen würde wahrlich das Ende der Welt bedeuten. Aber dazu wird es der Erzmagier nicht kommen lassen. Ich suche mir zwei Mitstreiter und warte hier auf ihn. Die beiden zum Beispiel, die kennen wir ja schon. Ja, und wie wir sehen, hat Masas nun mittlerweile Nate und das Vieh erfolgreich gefangen genommen. Wir schauen uns aber wie üblich zuerst nochmal eine Runde um. Gibt ja hier eine ganze Menge zum Anschauen. Schon beeindruckend, was wir Magier so alles können. Mein Orden und ich. Schon direkt. Vielleicht können sich einige Magier teleportieren. Oder sie können richtig gut klettern. Ja, die, ähm... Hat, äh, Wilbur hat sich halt schon direkt hier mit dem Orden angefreundet. Bei den Göttern. Das ist eine Orgfrau. Hier, in der Stadt der Menschen. Und sie hat einen von ihnen gefangen genommen. Ich muss der Stadtwache Bescheid geben. Und Meister Markus. Gemeinsam müssen wir kämpfen bis zum letzten Tropfen Blut und... Ich kann dich hören. Hm. Bleib da stehen. Ich... Ich bin ein Magier. Das sehe ich. Ein gefährlicher Kampfmagier. Das wage ich wiederum zu bezweifeln. Wer... Wer bist du? Was willst du hier? Und wie bist du hierher gekommen? Eine Menge Fragen. Warum sollte ich sie dir beantworten? Ihr Name ist Elizabeth. Sie ist für die jährliche Schönheitskonkurrenz hergekommen. Und gebracht hat sie ein goldener Pegasus namens Bob. Tja, ein Pegasus ist aber immer weiß und heißt nie Bob. Pegasie oder Pegasusse... Die sind doch immer weiß. Und niemand würde seinen Pegasus Bob nennen. Ich bin eine Kopfgeldjägerin und nur auf der Durchreise. Dürfen Kopfgeldjägerinnen denn hier einfach anlegen? Allerdings. Kopfgeldjäger und Händler sind in diesem Krieg neutral. Die Kopfgeldjäger wollte nur niemand haben. Ich warte nur auf Jörge mit meinem Proviant. Dann bin ich wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber dieses Flugschiff könnte exakt das sein, was ich für meine Expedition brauche. Mit wem hast du gerade gesprochen? Ähm, mit niemandem. Und wer sind sie, wenn ich fragen darf? Sie heißen also nicht Elizabeth? Man nennt mich mal Sass. Oder wahlweise auch Zuckerschnute, die kühle Grüne oder auch einfach Duda, junger Mann. Und sie ist eine lausige Kopfgeldjägerin. Stimmt. Ich fasse nur Volltrottel, die noch dümmer sind als ich. Und wohin bringen sie ihre Gefangenen? Wohin wollen sie denn ihre Gefangenen bringen? Das geht dich kaum etwas an, Zwerg. Sie wissen es. Und das ist genug. Ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Richtig so. Lass sie nichts bieten. Verwandle sie in ein Schaf. Ich kann nur Kaninchen in so eine Art Schaf verwandeln. Toll. Das ist hilfreich. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Ja, können wir machen. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier noch ein bisschen Seil. Ein aufgerolltes Seil. Man sieht ihm an, dass es schon oft benutzt wurde. Okay, nehmen wir mit. Was glaubst du, was du da tust? Das ist mein Seil. Dein Seil? Es gehört zu Mary und damit ist es mein Seil. Vielleicht hast du es noch nicht ganz verstanden. Das Schiff gehört dir nicht mehr. Es gehört jetzt mir. Nur über meine Leiche. Eben. Ähm. Wem auch immer das Seil gehört. Mir gehört es nicht. Entschuldigung. Na. Also wird es nichts mit dem Seil. Wir machen mal einen Folgenstopp. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.